Hallo, geht es euch auch manchmal so? Ihr habt gegrillt und es sind noch jede Menge Reste übrig. Mir ist es letztens so gegangen und da habe ich überlegt, was machst du jetzt damit? Und da es noch so viel war, habe ich mir gedacht, machst du einen kleinen Auflauf mit Reis und mit Taxa-Sauce? Also alles so ein bisschen auf griechischer Art, es wird schon schmecken. Wie ich das mache, was ich da alles benutze, seht ihr, wenn ihr dran bleibt, ihr seid bei Sven's Kitchen Cooking in and out. Herzlich willkommen! Grillreste-Verwertung mal ein bisschen anders. Ich mache es, wie gesagt, als Auflauf mit noch mit Taxa-Sauce, hoffe, dass es lecker wird. Und was ich an Zutaten alles brauche, habe ich hier schon alles auf dem Tisch und ein bisschen vorbereitet. Schauen wir es uns erst mal kurz an. Ich habe hier Grillreste, ein paar Würste, das Fleisch ist komischerweise alles schon fort. Da werden sich in der Nacht die Heinzelmännchen bedient haben. Dann habe ich hier Grillgemüse, das sind Tomaten, Paprika und Champignons. Dann habe ich ein bisschen Reis, 250 Gramm habe ich hier in der Tasse. Ich benötige noch ein bisschen Gyrus-Gewürz, da kann natürlich jeder nehmen, was er möchte. Zum Überbacken ein bisschen geriebenen Käse, da kann man fertigen nehmen oder selbst frisch reiben. Und das Wichtigste, die Metaxa-Sauce. Den Reis werde ich jetzt erst mal kochen und in der Zwischenzeit werde ich die Zutaten hier vorbereiten. Genaue Mengenangaben gibt es für dieses Gericht eigentlich nicht. Ich schreibe euch aber hier unten in die Infobox, welche Mengen ich hier genommen habe. Von dem Paprika werde ich erst mal die Schale abmachen. Der ist schön dunkel geworden auf dem Grill und da geht das dann ganz einfach. So sieht das dann aus, wenn er fertig ist. Den packe ich zur Seite erst mal und bearbeite erst mal den ganzen Paprika. Die Pilze, die werde ich einfach noch mal kleiner schneiden, ein bisschen. Aber nicht zu sehr, sodass wir davon noch ein bisschen was schmecken. Ich habe noch ein paar frische Champignons da, die gebe ich noch dazu, falls die hier nicht reichen sollten. Aber ich denke mal, das passt ja alles. Die kleinen Tomaten hier, die lassen wir so, wie sie sind. Das lohnt sich nicht, da noch dran rumzuschnippeln. Ich hatte jetzt noch vier schöne Champignons im Kühlschrank und die werde ich ja einfach nur mit reinschnippeln. Mit der Wurst machen wir es genauso. Die schneiden wir hier in Scheibchen. Ich mache erst mal den Reis da rein. Es ist ja auch eine ganze Menge. Dann habe ich jetzt das Grillgemüse, wie gesagt, klein gemacht. Und die geschnittenen Würste einfach drauf verteilen. Ich hatte im Kühlschrank noch ein paar Champignons und die lege ich hier einfach schön mit drauf. Die Metaxa-Sauce kommt jetzt noch drüber. Und hier oben drüber kommt jetzt ein bisschen von dem Reibekäse. Ich habe mich entschieden, das Gyros-Gewürz doch nicht dran zu machen. Die Metaxa-Sauce ist kräftig genug und das Ganze würde dann bloß zu überwürzt sein. Und das Ganze stellen wir jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad. Und da überbeckt es so lange, bis der Käse schön braun ist. Und das dauert so ungefähr 35 bis 40 Minuten. Da haben wir das Leftovers mit Metaxa-Sauce aus dem Backofen. Oder einfach Grillreste mal ganz anders, auf griechischer Art. Und ich denke mal, das schmeckt ganz lecker. Also die einzelnen Zutaten haben richtig klasse geschmeckt. Da wird das zusammen auch nicht schlimmer werden. Bevor ich das Video beende, werde ich das nochmal für euch kosten. Und ich hoffe, dass ich mir dabei nicht die Zunge verbrenne. Und ich bin ehrlich gespannt, was ich mir da zusammen gemischt habe. Ich nehme erst mal Reis mit Metaxa-Sauce und ein bisschen Gemüse. Das ist frisch aus dem Backofen. Das wird höllisch heiß sein. Aber irgendwann muss ich... Das hat es in sich. Das ist gut. Also die Metaxa-Sauce, die passt da richtig gut zu. Obwohl ich erst gedacht habe, Grillwürstchen und Metaxa-Sauce. Aber die Idee war gar nicht so doof. Es schmeckt lecker. Bevor ich hier weiter esse, werde ich das Video erstmal beenden. Wenn euch das Rezept gefallen hat, gebt mir ein Like. Schreibt mir das in die Kommentare. Hier unten könnt ihr Kanal abonnieren. Empfehlt mich weiter. Teilt das Video. Und die anderen Videos auch. Guckt mal mit rein. Hier oben verlinke ich euch zwischendurch immer mal ein paar Videos. Wie zum Beispiel das von der Metaxa-Sauce. Oder mit selbstgemachten Bratwürsten. Oder, oder, oder. Ich freue mich, wenn euch das eine oder andere Rezept gefällt. Und ihr das sogar nachmacht. Und ganz besonders freue ich mich über ein kleines Abonnement. Das tut niemandem weh. Ihr unterstützt meinen Kanal dabei. Und kostenlos ist es außerdem. Für mich war es das für heute. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Willkommen zu Sven's Kitchen Cooking in and out. Bis bald. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.